Hi, das ist tatsächlich jetzt das Entscheidungsspiel unter Umständen, das ist nicht safe. Ich bin ja selber 1 geplaced worden und jetzt gerade in der Promo. Ich werde wahrscheinlich Luchs spielen, ganz egal auf welcher Position. Ich habe ja schon prophezeit, dass ich Luchs spielen werde, ganz egal auf welcher Position. Zack. Komm, lock ein jetzt. Mach mich nicht nervös. Bisio. Komm, lock ein. Nicht lieben. No, 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 no. Nyao. Nyao. Lock ein. Komm schon. Tu es. Lock doch bitte. Ash? Ich habe den PC angebracht und was passiert, wenn ich den PC einmache und die Lampe vor mir? Ich gähne. Ich bin nicht müde, mir geht es gut. Aber ich fange einfach an zu gähnen. Keine Ahnung, ob das so eine Reaktion mit Licht ist oder wie auch immer. I don't know. Naja, egal. Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Lane und laufen nicht in die Wirbelstürme rein. Das ist jetzt unser Ziel. Und versuchen natürlich auch möglichst viele Minions zu bekommen, wenn wir nicht den Falschen anvisieren. Hey, Rudi. Das hört weh. Ich bin let it reingerannt. Wieso? Naja, egal. Weißt du, solange ich jetzt Farm kriege, ist es okay. Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt. Nichts habe ich gesagt. Wie soll ich mess abfahren? Mit mir. Ah. Decent. Ich bin ein decenter Spieler, okay? Verstehe ich auch. Ist ja ranked. Geht's um Elo. So. 14 zu 18. Habe ich verdient. Miss, oh Gott. Eigentlich hätte ich gerne eine Ulti. Oh, lol. Lol, 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 lol. Er ist dann auch kein Flash. Das ist das einzig Gute an der Geschichte. Okay. Ja, Glück gehabt, würde ich sagen, ne? Mit Verstand hat das nicht so viel zu tun. Wir schreiben nochmal kurz Dankeschön, Warwick. Thank you, Warwick. Das hat er nämlich sehr gut gemacht. Ich glaube, der weiß nicht, wie sehr ich immer mit Yasu struggle. NP-Mate. Oh mein Gott. Mehr von solch liebevollen Mates. Wir brauchen mehr davon. Warwick, du bist klasse. Schenk's Il Rosso. Bitte sei, bleib, bitte bleib nicht. Lass mich bitte keinen Fehler machen, dass er wütend wird. Die Angst des Versagens. Da ist sie. Da ist sie. So, ich könnte jetzt nochmal ulten, Base-Gain-Boots kaufen. Aber ich weiß nicht, ob das Worf ist. Ansonsten kann ich einfach passiv hier hinten stehen und farmen und mich halt auch nicht treffen lassen von ihm. Oder ich lass mich von ihm treffen. Hä, wo war denn mein... Ach, das war auf jeden Fall schlecht. Wo war denn meine... Ich hätte doch den Plan des Ultens und Weggehens befolgen sollen. Naja, my bad. Oh no, Botlane. Toll Toplane. Gut gemacht, Toplane. Unser Toplaner ist der Hoffnungsträger. Ich stehe 010. 12 Sekunden später. Hast du Jetzt ruhig hierher kommen dürfen? Und ihr... Was macht denn eigentlich den... Ja... Bliu... Du solltest einfach nur gehen, Ash. Das ist nicht so wichtig. Vielleicht. Ja, da gehen alle hin. Ja, ich wollte auch noch sie essen denken. Das hat nur so bedingt funktioniert. Schade. Drake ist ab. Vielleicht können wir da irgendwie... Aha. Nee. Oh shit, ich hätte nicht... Ich hätte das Schild nicht machen sollen. Wo war ich? Hilft doch bitte kurz in der Mitte. Das wäre großartig. Das wäre sehr großartig. Bitte? Einmal in die Mitte. Warwick. Bitte einmal in die Mitte kommen. So, nimm mal ruhig den Dicken noch. Das ist jetzt kein Stress. Ich kann hier... Hm. Oh, oh, oh. Sehr gut. Schön gesmildet, Warwick. Ash, hier ready. Hat sie nicht gemacht. Das ist schade. Passiert aber den besten, würde ich sagen. Ich weiß, dass der bald kommt. Sona, du hast auch recht. Aber es ist schwierig. Komm schon, Caitlin. Ihr könnt ihn machen. Alles gut. Wo sind die denn? Wo sind die hin zur Hölle? Was machen die Gegner? Oh, oh, oh. Ich muss los. Die wollten mich abfangen? Euer Ernst? Ihr seid fies? It's not a Gigi, mate. It's not a Gigi. Not at all. No, it's not. Oh, okay. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Bering ist gleich ab. Ich habe gerade alles daneben gesammelt. Verrate es bitte nicht meinem Team. Das war schlecht. Okay. 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 Ja, aber den können wir doch machen. Bobby kriegt hier Shields noch und Löcher. Das ist super. Können wir machen. Können wir machen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ash wäre natürlich gut, wenn sie hier wäre. Aber die bringt Minions mit. Das ist nämlich auch nicht verkehrt. Das machen wir so. Steffi macht das sehr gut. Ich habe sogar noch meinen Flash ab. Das ist natürlich großartig. So. Wir sollen eigentlich für den Drake preparen. Und jetzt gehen. Das wäre gut, wenn wir gehen würden. Later. Ja, ja. Ende. Ende. We can, guys. We can. We can. Let's go. Wow. Hart erkämpft hier. Wirklich hart erkämpft, ne? GGWP. Uiuiui. Nice. Freunde. Oh mein Gott. Uh, 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 uh. We made it to gold. Yes. Yes. Ja, aber, äh, nice. Ich habe, wow. Schön. Wir sind jetzt in Gold unterwegs. Hoffentlich, ähm, auf einem aufsteigenden Ast. Das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Ähm, erzählt mir doch gerne auch mal in den Kommentaren, wo ihr eingerankt worden seid. Wie eure Einrankungsgames so waren. Beziehungsweise, ähm, was euer Ziel ist vor allen Dingen. Das interessiert mich. Tell me. Sagt an in den Kommentaren. Und ich freue mich und hoffe, dass wir dieses Jahr alle unsere Ziele elotechnisch erreichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.